Hallo liebe Busfreunde, die Bustouristik Scherzer ist jetzt das dritte Mal in Berlin. Wir sind für euch jetzt hier nochmal hergekommen, um das Konjunkturprogramm 2, das die Bundesrepublik Deutschland beschlossen hat, nochmal anzugehen, um nochmal nachzufordern, weil es die Bustouristik überhaupt nicht trifft oder so gut wie gar nicht. Wir werden uns in den nächsten Stunden hier in Berlin unter anderem mit dem RDA-Vorstand Herrn Esser treffen. Wir werden wieder im Bundestag sein, wir werden Gespräche im Bundestag mit Abgeordneten, die aus dem Tourismusausschuss sind, nochmal sprechen. Wir werden auch den ein oder anderen Busunternehmer nochmal klar zu seiner jetzigen Entwicklung im Betrieb und was er noch braucht befragen. Das wollen wir euch auch allen mitteilen. Wir werden auch einen Schritt weiter gehen, vielleicht auch was zukünftige Forderungen, welche Wege man noch hat. Wir werden auch schauen, was wir da erreichen und wünschen euch jetzt erstmal einen schönen Tag bei uns. In Berlin ist es heute sehr schön, wir sind heute schon da und morgen wird es richtig laut. Straße, 17. Juni, Tag des Aufstandes. Wir sind schon da, Bustouristik Scherzer. Bis morgen.